Adieu, Leo. Ich bin es, Ronald. Dein Freund. Wie geht es dir? Ronald, sind Sie das? Ich kann dich nicht einmal sehen. Meine Augen können nicht mehr gut sehen. Es tut mir wirklich leid, das zu hören. War der Unfall, den Sie hatten, so schwerwiegend? Das wusste ich nicht. Tja, Ronald. Es war ernst. Ich spüre meinen Körper nicht mehr. Mein Gott. Aber was ist passiert? Ximena hat mir gerade erzählt, dass du einen Unfall hattest. Und dass du hier warst. Im Krankenhaus. Sie hat mir nichts anderes erzählt. Nun, ich fuhr wie immer mit dem Auto zur Arbeit und... Warten Sie eine Minute. Ich erinnere mich nicht einmal. Ich sah kein Auto, das direkt auf mich zukam. Und wir stürzten ab. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Ich verstehe. Aber... Was hat Ihnen der Arzt gesagt? Ich nehme an. Sie haben bereits mit ihm gesprochen. Noch nicht. Nun, er kam hierher und sagte mir, ich müsse einige Tests machen. Blutuntersuchungen und solche Dinge. Mehr hat er mir nicht erzählt. Aber ich fühle mich schrecklich. Ich spüre meinen Körper nicht. Ich kann dich nicht gut hören. Ich glaube, ich habe meinen Kopf getroffen. Das Pflaster. Nein. Sag das nicht. Es wird dir gut gehen. Ich werde mit dem Arzt reden. Ich muss wissen, wie es dir wirklich geht und ob ich irgendetwas tun kann, um dich zu verbessern. Das ist nicht nötig, Ronald. Ich habe keine Hoffnung auf Leben. Ich habe mich bereits mit dem Sterben abgefunden. Natürlich nicht. Es wird dir gut gehen. Vertrei mir. Ich werde mit dem Arzt sprechen. Nein, warte. Ich muss dir einige Dinge sagen. Ich muss gestehen, bevor ich sterbe. Nein. Sag das nicht. Du wirst nicht sterben. Du bist mein bester Freund. Leo. Bitte. Ich möchte das tun. Bitte. Es ist für mich notwendig. Ich möchte Ihnen einige wichtige Dinge sagen. Bevor ich sterbe, möchte ich Ihnen sagen, dass ich kein guter Mensch war. Ich habe meine Mutter und meine Geschwister im Stich gelassen. Auch meine Freunde. Ich habe meine Familie nie unterstützt. Ich habe meine Mutter nach meiner Heirat nie mehr besucht. Sie rief mich mehrmals in der Woche an, aber ich antwortete nie. Sie rief und rief weiter. Aber ich habe nie geantwortet. Dann rief sie nicht mehr an und wurde depressiv. Dann, als sie mich besuchte. Ich sagte ihr, dass ich beschäftigt sei und dass sie nicht in meinem Haus bleiben könne. Also musste sie in ein Hotel gehen. Ich liebe meine Mutter, aber ich möchte nicht, dass sie in meinem Haus ist. Also ging sie in dieses Hotel und verließ es am nächsten Tag. Ich war auch gemein zu meinem Vater. Ich habe ihn angelogen. Ich erzählte ihm, dass meine Mutter mit einem anderen Mann zusammen war. Es ist viele Jahre her, aber ich erinnere mich noch daran. Ich war sauer auf meine Mutter, weil sie ließ mich nicht auf eine Party gehen. Ich erinnere mich, dass ich damals 18 Jahre alt war. Deshalb hatten sie einen schrecklichen Kampf. Zwei Jahre später ließen sie sich scheiden. Ronald Ich weiß nicht, warum sie sich scheiden ließen, aber ich denke jeden Tag darüber nach. War es meine Schuld? Lag es daran, dass ich meinem Vater erzählt habe, dass meine Mutter ihn betrügt? Das glaube ich nicht. Sie hatten vorher noch nie gekämpft und danach begannen sie jeden Tag zu kämpfen. Ich habe ihnen nie die Wahrheit gesagt, aber jetzt denke ich, dass ich es ihnen sagen muss. Oder wenn ich sterbe, wirst du es für mich tun. Und nicht nur das. Ich habe viele meiner Freunde im Stich gelassen, als sie mich am meisten brauchten. Ich bin einfach zu ihren Partys gegangen, aber wenn sie einen Notfall hatten, war ich nie für sie da. Letzten Monat rief mich Rita an, aber ich antwortete nicht. Also schickte sie mir eine Nachricht. Sie erzählte mir, dass ihre Mutter sehr krank sei und dass sie Medikamente brauche. Meine Familie hat eine Drogerie. Das wissen sie. Nun, sie hatte kein Geld, um das Medikament zu kaufen. Deshalb wollte sie, dass ich ihr das Medikament verkaufe und es später bezahle. Ich habe ihre Nachricht nicht beantwortet. Ihrer Mutter ging es glücklicherweise besser, aber sie war sauer auf mich. Es war mir egal. Ich habe mich nicht einmal entschuldigt. Außerdem, mein Bruder Julio hat mich letzte Woche angerufen. Er hat mich zu seiner Hochzeit eingeladen. Er wird nächsten Monat heiraten. Ich habe ihm nur gesagt, dass er dumm sei, weil er geheiratet hat. Dass er den größten Fehler seines Lebens machte. Dass er sich sowieso scheiden lassen würde. Und viele andere schlechte Dinge, die ich ihm erzählt habe. Er wurde sehr traurig. Seitdem reden wir nicht mehr miteinander. Es tut mir wirklich leid. Meine Schwester Johanna wollte, dass ich einen Tag lang auf ihren Sohn aufpasse, da ihr Mann im Krankenhaus lag. Ich sagte ihr, dass ich das nicht könne, weil ich viel zu tun hätte. Aber das stimmte nicht. An diesem Tag hatte ich vor, an den Strand zu gehen. Deshalb wollte ich mich nicht um ihren Sohn kümmern. Ich habe sie angelogen. Ich bin ein schrecklicher Mensch, Ronald. Ich verdiene es nicht zu leben. Deshalb bin ich hier. Nein, das stimmt nicht. Du bist kein schlechter Mensch. Du hast in deinem Leben einfach viele Fehler gemacht. Wir alle machen Fehler. Das ist etwas Normales. Jetzt musst du dich ausruhen und gesund werden. Leo Nein, ich sterbe. Jetzt muss ich ihnen etwas Wichtiges sagen. Ich habe dich auch im Stich gelassen. Das spielt keine Rolle. Es ist okay. Ich habe dir gesagt. Du hast einfach viele Fehler gemacht und... Hören Sie mir bitte zu. An diesem Tag gingen wir zu dieser Party. Maritza, deine Freundin und ich küssten uns. Wir haben dich beide betrogen. Und dann haben wir es am nächsten Tag noch einmal gemacht. Leo, wovon riedest du? Machen Sie keine Witze damit. Du willst mir etwa sagen, dass Maritza mich mit dir betrogen hat? Ja. Ja. Es tat mir leid. Die schaubwürde ihn ich denn tat. Ich sterbe. Wow. Ich weiß nicht. Ich sollte wütend auf dich sein. Aber ich kann nicht. Du wirst sterben. Ich verzeihe dir, Leo. Es spielt keine Rolle. Ich verzeihe dir, dass du mich betrogen hast. Mach dir keine Sorge. Danke. Runol. Jetzt kann ich gehen. Ich kann in Frieden ruhen. Danke, mein Freund. Ich werde mit dem Arzt reden. Okay? Warten Sie eine Minute. Ich kann dich so nicht sehen. Gott. Das ist okay, Ronald. Mach dir keine Sorge. Ich bin bereit, diese Welt zu verlassen, in Frieden. Ich bin zurück. Gute Nachrichten. Leo. Ich habe mit dem Arzt gesprochen. Er hat mir gesagt, dass es dir gut geht. Er sagte mir, dass sie nur eine Kopfprellung haben und das Krankenhaus heute verlassen können. Wirklich? Mein Gott. Ich begann mir Sorgen zu machen. Hahaha. Dankeschön. Ich bin so froh, dass du mir vergeben hast. Jetzt können wir wieder die besten Freunde sein. Ich werde leben. Tja. Nein. Du wirst nicht leben. Jetzt werde ich dich töten. Hast du meine Freundin wirklich geküsst? Sorry. Ich bin zusammen. Ich bin wirklich ruhig. Was ist Liebe.